Hey Youtube, heute werde ich mir ein Shirehouse kaufen. Ja, ich freue mich richtig dolle. Ja, also der steht bei der Koppelinsel, glaube ich. Ja, hier stehen die Süßen. Einer steht auch in Fort Pinter. Ich bin echt am überlegen, ob ich mir den Süßen hole, den ganz Schwarzen. Oder, ob ich mir lieber den braunen Shire kaufe. Also das ist die Frage. Ich finde den auch voll süß. Den werde ich mir auch irgendwann vielleicht nochmal kaufen. Ja, also ich muss dann auch überlegen. Aber ich denke, ich hole mir den anderen, weil braune Shire ist dann irgendwie nicht schön. Also, naja, die gibt es eigentlich fast. Also, keine Ahnung, ich kenne mich da nicht aus. Aber ich finde, ich habe so einen noch nie auf Fotos gesehen oder so. Und deswegen kaufe ich mir jetzt den kleinen, der ist so süß. Okay. Ich habe mir auch schon einen Namen überlegt. Und zwar Dark Soul. Ähm, muss ich mal gucken. Wo Dark steht. Dark, Dark, Dark. Dark, Dark, Dark. Dark Soul. Hä? Wo steht der? Naja, ist ja jetzt auch egal. Ja, äh, dann gucke ich mal nach einem anderen Namen, und zwar Moonspirit, vielleicht. Hm, ich gucke doch mal nach Zorro und dann, ja. Hm. Hm. Wo könnte der Name nur stehen? Na, egal, ich nehme jetzt einfach mal Moonspirit. Ich glaube, das heißt Dunkle Seele, oder glaube ich? Keine Ahnung. Hört sich jedenfalls cool an für so einen riesen Kalb. Ähm, ja. Dark Soul wäre natürlich cooler gewesen, aber, naja, was kann ich dafür, wenn ich den nicht finde, den Namen? Na gut, egal, dann mache ich jetzt Moon. Oh, ich muss den Club verlassen. Oh, egal. So. Oh, jetzt nehme ich mal Moonspirit, und sorry, dass ihr nicht so viel seht, denke ich. Ähm, sorry dafür. Ähm, und jetzt, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Klicke ich auf OK, OMG, OMG. Und, und, klick. Glückwunsch, oder nein, fährt. Yay, ui, 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 ui. Yay. Yay. Juhu. Hm. Was richtig cool ist, ist, und zwar, bei meinem Club, äh, keine Ahnung, wie der heißt, äh, da muss man auch als Scheierhaus kommen, also am Samstag manchmal, und, das finde ich mal ganz cool. Dann habe ich jetzt endlich mal einen Scheier. Da darf ich mich mal abholen. Oh mein Gott, ich habe mich jetzt gekauft, die Schöne. Ich denke, ich kann aufhören damit. Da sind wir auch schon. Und, oh mein Gott, oh mein Godness. Nein, nein, Spaß. Das ist unsere Englischlehrerinnen immer. Ähm, ja. Und, OMG. Geht in mein Haar, oh mein Gott. Wo steht er? Wo steht er? Wo steht er? Hm? Da! Oh! Oh mein Gott. Sehr süß. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Sorry, aber oh mein Gott. Ich freue mich gerade so dolle. Oh mein Gott. Oh, der ist so süß. Ah! Ich habe, ähm, Popstar auch schon abgesattelt, dass es nicht so noch länger dauert, halt. Dass ich ihn schneller reiten kann. Oh mein Gott. Boah, ist der groß. Hallo? Hallo? Boah. Ah! Läuft er mal in die Richtung. Ja, so. Ähm. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich sitze auf dem Scheier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Oh, ich freue mich gerade so doll. Oh, wie schön. Der süße Moon Da könnt ihr mal in die Kommis schreiben Ob die Abkürzung von Ihnen Moon sein soll Oder Spirit Hm So, da suche ich mir mal ein schickes Outfit aus Und ich denke, wir sehen uns dann gleich wieder Ja So, und da bin ich auch schon fertig Ich finde, das steht Ihnen gut Aber ich habe, denke ich, glaube ich Im Shoppingcenter ja noch richtig extrem Schöne Sachen gesehen Deswegen, aber ich habe das gerade nur gefunden So Und ich finde, die Farbe steht Ihnen Sehr Ja Dann zeige ich euch mal noch schnell Ähm Ja, die ganzen Ähm, wie heißt es nochmal? Äh, äh, ähm Ja, hier, egal Wie er läuft, sage ich einfach mal So So, das ist das Ähm, die Vollbremsung Okay Ja Der Schritt Da wirkt die Mähne schön mit Der Pony Sieht sehr elegant aus Ich finde es wirklich super süß Der Trab Ich finde, sieht ein bisschen stocksig aus Also, die Füße hinten, die sind so Geknickt die ganze Zeit Ja, ich finde es aber trotzdem schön Der leichte Galopp Der Arbeitsgalopp Den finde ich eigentlich stand süß Ja, den finde ich super Ich finde Das ist nicht so schön, dass der Schweiß so übertrieben lang ist So, jetzt das Etwas schnellere Ich finde es auch sehr hübsch Und hier der Jackalopp Ich finde den auch richtig schön Die Mähne flattert Oh, er ist so ein Traum Der süße Moon Oha Das sah gerade so aus, als würde er schweben Äh Er ist so süß Ja Und damit denke ich Beende ich auch schon die Folge Ja Danke, danke, danke fürs Anschauen Schreibt mal in die Kommis Matthäus Ach Ich 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 Vielen Dank.